Malisch in Österreich! Du und erhaftig! Vorsprung, zwei Sekunden, vierzehnte! Drei Dreh, Malisch! Maria Risch oder Malischild? Ja, dieser Vorsprung hindert Malischild nicht, auch im zweiten Durchgang voll anzugreifen. Alles zu riskiert, das ist mein Gott kein Sicherheitslauf! Und jetzt der direkte Vertrag, Jim Risch! Jim Risch, schon zu 13! Eine Sekunde und 19! Hungers ist in vorne! 1,2 verloren, aber das ist entscheidend noch! 1,2 voran! Hier ist der Nächste! Großartige Meilenstein von Malischild! Aber der Nächste wird nach der Ziellinie! Jawoll! Ziel! Ziel! Hier! Am Semmerling! Für Malischild! Moritz. Malischild! Schild! Malischild! Horstl! Malischild! Sie hat es doch mal spannend gemacht! Aber knapp 15.000 Fans sollen den Namen schreien! Der neue Siegerin hier! Und auf Semmering! Erste aus Österreich, Marlis Schick.